recht herzlich willkommen zur 221 folge von city skylines ja wir hatten letztes mal hier irgendwo neues industriegebiet wohngebiet gemacht da irgendwo hier ist es aber keiner will dahin ist die frage warum niemand dahin will also zonen sind ausge ausgezeichnet angezeichnet ausgewiesen so heißt das ding strom müsste eigentlich auch da sein wenn es dann kommt hier kommt auch schon tatsächlich noch ein gebäude dazu das wird auch strom haben der märz ist schon an dem viertel hier interessiert oder was nicht nur so jetzt müsste man mal gucken da ist eine feuerwache wo eigentlich eigentlich nicht das hier ist irgendwas deaktiviert sollten wir mal gucken was da deaktiviert ist eine feuerwache in der sauna kosten die 400 lass die mal das ist ja dann hier vielleicht schön wenn da eine sauna gehen will dann kann er ja auch ein haus bauen so wie das da jetzt passiert tatsächlich da kommt eine residenz das ist ja ein hochhaus oder naja dann fangen sie halt an da ist das nächste was kommt jetzt geht es dann doch und ja da ist ein einkaufszentrum noch gekommen und jetzt müsste man hier gucken was hier noch was ist aber was können wir hier machen damit es dann interessant für die leute wird also brand ist schon mal klar das ist hier und dann könnte man noch eine arztpraxis hinsetzen ist ein bisschen auch da abgedeckt und dann machen wir da noch einen arzt hin dass das hier dann macht das nur eine sauna andere form ja ok aber träumen ist auch klar das haben wir da schon mal abfuhr ist auch jetzt nicht unser ding wieso kommen wir jetzt an dingen ok das ist dann klar aber wissen durch das auch schon wasser ist auch da das ist auch nicht das problem auch warmes wasser ach guck mal da und da unten sind die ersten häuslein gekommen ok das heißt da muss jetzt der strom natürlich noch hin ja da drüben ist noch eine straße die können wir mal gerade verlängern sehe ich gerade noch mal hier so eine kurve rein sollte man hier hier sollte man nicht mehr so da da das war jetzt nicht so dolle mal so passt so als man das auch noch hingekriegt können hier noch ein paar häuser einbauen ich glaube ich immer mal noch ein paar hoher sein und da können wir dann niedrige rum machen so industrie mehr sehen wir auch gar nix hier dann fällt mir gerade so ein vielleicht hier vorne ein bisschen kommerz hin dann machen wir das noch mal weg und das noch mal so blau und hier können wir mal ein paar bürogebäude aussetzen so ein mischgebiet ist das dann noch ok denen fehlt jetzt hier definitiv der strom kommt hier auch nicht hin weil nix ist ok sehr schön wenn die ja nein mehr gebaut hätten dann hätte das auch klappt das ist die frage ne könnte man da eins hinsetzen oder und den machen wir hier noch lange dann haben wir da auch strom oder müsste das ja gleich blau werden und dann sind die auch glücklich und zufrieden und dann werden auch noch mehr kommen hier hat das ja immer nicht so funktioniert aber wird schon werden also das weitet sich hier aus die reihe ist auch schon fertig hier fängt es an und da wird es dann irgendwann auch kommen läuft oder so jetzt strukturen ok und da sind große gebäude das hier kernkraftwerk haben wir ja wohl schon gebaut wahrscheinlich so dann haben wir das wasser war auch klar also wasser ist hier vielleicht noch ein bisserl wenig wasser hin dann geht das da auch mit dem wasser läuft das anschlag hier läuft also insgesamt sowieso und da vorne fehlt so ein wasser so dann haben wir das komplett abgedeckt auch wenn da noch nichts gebaut ist aber wir haben schon mal abgedeckt ne kesselstation ok und das ist geothermische heizkraftwerk ok aber das brauchen wir alles nicht weil heiß wasser ist genug da so wie sieht es mit dem bus aus gibt es ja natürlich ne 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 der fährt da lang dann würde ich sagen machen wir hier das mal so ungeschickt von da aus hinzukommen ne hm hier gibt es auch noch eine busshaltestelle ne sag schon u-bahnstation also da wird schon lang gefahren so ist nicht nur hier nicht also dann würde ich sagen machen wir das doch mal so dass wir ja wir müssen schon hier irgendwo anschließen ne dann lass uns das hier unten anfangen ne warte mal die straße kommt von wo rein von hier kommt sie rein und fahren wir mal hier los erstmal da geht die reise los geht hier hin da hin da hin dorthin dorthin da hin hier kann ruhig noch eine sein fährt dann aber hier lang da lang dorthin wo ich hier nochmal hin kann auch hier noch ein bogen fahren oder so kommt er hier irgendwo raus ne ne ich glaube dann geht es hier auf die straße ist das eine sackgasse ich glaube das ist eine sackgasse ja das ist eine sackgasse ok das bedeutet da geht es gar nicht lang immer jetzt zum schluss da das heißt wir fahren wieder hier lang und dann hier lang ja nehmen diese haltestelle dann auch noch mit da lang da lang da gibt es auch noch eine nehmen wir die auch noch mit und dann müssen wir hier wieder zurück aber wie nehmen wir die auch noch mit dann wenn wir hier schon rum fahren dann richtig ne da da ist keine dann diese die wo ist denn hier noch einer ist da einer ja da ist einer da lang und wo schließen wir jetzt da passt so dann haben wir die bushaltestelle auch gemacht also die können jetzt hier alle mit dem bus fahren sollten jetzt glücklich und zufrieden sein hier wächst und gedeiht es auch schon können wir ja mal gucken ok so läuft der strom das arzt hat man schon gemacht ne oder auf jeden fall hier unten wohl da ist auch noch ein hier ist ein bisschen schwach aber das lassen wir mal so vorher technisch hat es auch geklappt bildung wollten wir nicht weil wir brauchen ein paar dumme arbeiter das war ja klar transport haben wir gemacht parks und plätze können wir mal ein paar setzen oder der ist zu groß der ist noch größer der geht da schon mal rein zack sind hier schon mal alle zufrieden ne da gibt es auch noch einen hier geht nirgends wo einer hin ne denn da machen wir da auch noch einen hin und so ein schickes karussell sitzen wir hier an der straßenecke irgendwo zack passt was ist das japanischer garten ne da machen wir jetzt nix mehr da haben wir schon genug gemacht ne plätze auch so wir haben ja noch allerlei andere dinge auch noch hier ist die verleiht jachthafen achso hier ok reitstall ja das doch hier mal so richtig schön hier so einen reitstall hin zu machen oder zack alle sind glücklich und zufrieden freizeitwert ist total gestiegen aber wenn man so den freizeitwert anguckt ist alles rot ne dann müsste es ja oh hier beim fußballstadion da ist alles top die sind richtig glücklich naja ok dann sind wir jetzt hier soweit der park hat jetzt auch einen anstoß da mit strom naja ok fehlt noch die laternen dürfen da nicht leuchten hier auch nicht der reitstall die pferde müssen irgendwie in so einem tretrad sein damit strom kommt naja wird schon werden ne langsam aber sicher wächst das dann auch zu und dann wird da schon was ja denke ich mal ne ok haben wir das sonst noch was ich glaube nicht das war es erstmal ok wir haben auch bedarf hier unten schon wieder jetzt mittlerweile wir haben ja 5000 plus und wir haben 120.000 einwohner das ist schon eine extreme summe gut ok strom ist ein bisschen schwach das heißt wir können da mal gerade ne war schon richtig und hier müssen wir mal das eine oder andere machen zack 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 ja komm dann machen wir den auch noch ne das ist schon an und dreht sich das nicht ah was soll das hier zack ja die offshore anlage hier ne bitte den blauen punkt machen so läuft das auch so da ist auch noch eins das ist aber an muss dann das sein was aus ist aber das jetzt auch an gut gut schauen wir mal noch mal rein hier strom ok gut dass wir den gerade angemacht haben der ist nämlich gerade schwach oh wasser ist noch weniger verfügbar ne dann geht da noch eins ins netz und das ist die aufbereitung sondern ok dann müssten wir mal umgucken ob wir hier noch irgendwo was aus haben aber so wie es aussieht ist noch nicht mal aus ne ist alles an ne oder gibt es hier noch was aus ist die blauen an oder aus ne sind an wieso ist das grün ach so das ist ein abwasserrohr sicher ja da kommt der scheiß ja auch raus dir wird es angesaugt naja war jetzt nicht die tollste idee das da so hinzusetzen aber ist halt so ne so wo kommt es frischwasser aufgenommen hier dann müssen wir da mal noch einen neben setzen ne kann das sein wasserpumpenstation gut haben wir und so wie muss das jetzt laufen das ist angeschlossen jetzt ohne so jetzt passt es keine ahnung warum das mal so ging heizung ist genug da super ne und wasser ja wird ja jetzt auch mehr werden müssen dann wenn wir da wasser saugen ne ok und wir haben auch tanks die noch voll sind also so ist nicht wohl die würden ja auch auf dauer leer werden dann ne naja das müllverarbeitungsstatus okay das müssen wir da mal gucken das ob eine verbrennungsanlage anschmeißen was ist mit der da kein platz mehr okay da müssen wir dann räumen die laufen mal und der ja und wo beendet können wieder an machen läuft dann haben wir das auch ausgeglichen einen wieder an an aus so das läuft ob ich ja alles so und dann müssen wir gucken dass wir hier noch eine verbrennungsanlage irgendwo hinsetzen da geht leider nicht da auch nicht ich verstehe nicht hier dieses plätzchen ist doch sieht doch so toll aus schade aber da muss es da sein egal so dass wir dann auch besser werden denke ich wenn das gleich läuft na ja es wird ja auch nicht sofort sein aber auch dauer wird das schon werden denke ich meine schule und schule im roten bereich alles ist im roten bereich das ist schlecht es sind welche die aus sind wohl nicht oder ist nun eher eine neue setzen hier ist schon mal schlecht ja auch hier können wir noch was haben platz werden das ist entscheidender ja dann machen wir das da mal hin zack ist ja noch eine schule mehr uni fast oberschule ist rot und schule ist auch rot ja weiß ich auch nicht lassen wir erstmal so wird auch nicht besser ja wenn wir das haben wo war das da oben gut zufrieden sind sowieso alle zufrieden also alle nicht aber sehr hoher prozentsatz zufrieden läuft dann kommen wir hier rein da ist irgendwas in ordnung sehe ich so der muss geräumt werden kein platz mehr dann müssen wir da wieder rein gerade hier da war das ja wir sind so ein paar sachen überall deaktiviert da sind die ersten häuschen kommen die aber jetzt leider keinen strom haben was ist das für ein haus interessant mach das mal weg ich will erst diese häuser gucken was das sind die königsräume nicht genug strom ja das sah aus weiten so komisch rund aus ok passt schon jetzt wie ist mit strom dauert ein stück müsste da oder da einer hin kriegen wir das mal mit dem strom irgendwie anders hin wir müssen nicht überall strommasten hinsetzen oder anderen seite könnte man den da gerade verlängern lassen wir jetzt so ich soll mal schauen dass sie sich selber da um strom kümmern hier wird ja aufgebaut läuft also guck mal wie schön das hier ist meine straße schon fertig komplett geht es auch weiter rüber das wächst dann auch immer mehr zusammen sieht doch gut aus sondern dass der blau wird wird der bereich bestimmt noch größer wenn es blau wird nicht weil erst wird der bereich vergrößert dann wird gebaut glaube jetzt wird erschlossen dauert hier nicht lange ist das auch zu sind ja schon ein paar häuschen da so ist ja nicht was mit dem läuft auch ja schöne wohngegend da gibt es halt kein strom ist also der reitstall da ist nix los der euro pferd hier das passt doch so richtig gut da drauf oder strommast darauf ob die wiese war schon immer so können natürlich auch so ein windkraftwerk hier einsetzen was natürlich nicht ne das auch nicht oder ne ich wollte strom dann kriegt der stroh nein natürlich nicht obwohl wir können hier auf jeden fall in diese ecke was machen oder drei stück vielleicht hin aber zwei gehen jetzt wird noch drei gehen auch gucken wir auch jetzt haben sie alle strom jetzt läuft hier wäre auch noch was möglich da war auch grün und jetzt wollen sie schon nicht mehr finden sie dann doch nicht so gut wie ein dräder da komm stellt euch nicht so an gut okay aber wir sind schon wieder voll fortgeschritten in der zeit ich bedanke mich erst mal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss